Liebe Zuschauer, Christmas Season Opening 2019, nicht mehr ganz 100 Tage bis Weihnachten. Was wird die Zeit schön werden, die schönsten Tage überhaupt. Und ich glaube, wir sollten die einfach alle genießen, bevor sie viel zu schnell wieder vorbei sind. Und wenn Sie unser Programm verfolgt haben, dann wissen Sie ja, wir machen immer so Sondersendungen. Und auch jetzt ist so eine Sondersendung. Das heißt, Sie haben wieder die Möglichkeit, sich die schönsten Stücke, die Schätze, die jetzt wirklich auch taufrisch bei uns angekommen sind, sich zu sichern. Vor allen anderen, wenn nämlich irgendwann der Andrang so groß war und die Lager leer sind, dann haben wir wirklich nur noch so einen Rest. Und dann muss man oft halt das nehmen, was übrig geblieben ist. Sie machen jetzt alles richtig, liebe Zuschauer. Wir hören alle jetzt Kathi zu, was sie zu uns zu erzählen hat. Und dann wird es ganz spannend. Es wird eine wunderbare Sendung mit ganz viel Dekoration, ganz viel Liebe und ganz viel Wärme. Und vor allem auch der besten Dekoration. Weil hier gibt es wirklich heute das Allerschönste, das Allerbeste. So, so schön. Und ich freue mich so vor allem hier auf unseren tollen Schwippbogen aus Holz. Schau dir das mal an. Also das ist natürlich hier eine Wahnsinns-Holzarbeit, ein Holzkunstwerk, muss man schon sagen. Also ganz, ganz toll. Viele kennen es natürlich. Tradition, weihnachtliche Tradition aus dem Erzgebirge, Holzkunst aus dem Erzgebirge, die wir hier zeigen dürfen. Es gibt ja viele Sammler auch von diesen Schwippbögen, die wir jetzt hier zeigen können. Wunderschön gemacht, ganz filigran gearbeitet hier im oberen Teil. Und natürlich jetzt zur Weihnachtszeit so etwas, dass viele sich dann schön in das Fenster zum Beispiel reinstellen. Toll erleuchtet mit den LEDs. Und wir haben hier eine ganz, ganz tolle Szenerie im vorderen Teil. Da sehen wir es, der Schlitten hier mit den Rentieren, ganz süß gemacht. Hier diese Details, schau mal. Da das kleine Vögelchen zum Beispiel. Hier im oberen Teil die kleinen Lämpchen zum Beispiel. Die sind hier, guck mal, ganz fein ausgearbeitet. Man sieht hier sogar hier das Flackern, also die Flamme der Laterne. Die Sterne, ganz, ganz fein und filigran gemacht. Also wirklich wunderschön mit ganz viel Liebe. Also hier kann man wirklich schon von einem Kunstwerk sprechen. Und diese Schwippbögen, die gibt es ja wirklich schon seit Hunderten von Jahren. Das sind ja wirklich traditionelle Machwerke hier aus dem Erzgebirge. Also wirklich Holzkunstwerke, die hier gearbeitet werden. Da kann man ja ein kleines Vermögen für ausgeben. Ich habe extra noch mal geschaut. Sie kennen die wahrscheinlich auch von den Weihnachtsmärkten. Da gibt es ja viele sehr traditionelle Hersteller. Da kann man ja für so einen Schwippbogen dann auch gerne mal 100, 150, 180 Euro ausgeben, je nachdem. Und ich möchte Ihnen auch mal ganz kurz die Rückseite zeigen, weil hier haben wir eine ganz schöne, schau mal, Winterwaldlandschaft. Also je nachdem, wie Sie ihn drehen, schaut er dann auch noch mal anders aus. Und so was in jedes Fenster einreinstellen. Oder halt auch mal als ganz tolles, traditionelles Mitbringsel auch mal für Freunde oder Bekannte. Das ist halt wirklich diese Holzkunst, die wir hier haben. Und heute wirklich zu einem tollen Preis. Weil unter normalerweise 40, 50 Euro bekommst du diese holzhandgearbeitenden Schwippbögen ja überhaupt nicht. Das ist ja wirklich so was, das ist ja eigentlich gar nicht machbar. Es ist machbar für den TV-Sonderpreis 9,45 Euro. Liebe Zuschauer, nutzen Sie hier diesen Preisvorteil unbedingt. Die Bestellnummer ist die NX 8190 und die 569. Und Sie dürfen sich natürlich für jedes Fenster einen mitnehmen hier bei dem Preis unbedingt zugreifen. Auch eine tolle Idee als Mitbringsel. Jetzt schauen wir doch mal gemeinsam hier auf die Dreidimensionalität. Mit Liebe gearbeitet, ganz hochwertig, detailliert. Man muss sich mal vorstellen, müsst ihr das selber alles ausschneiden. Ja. Da würde man ja Wochen dran sitzen. Also ganz genial, aber wir machen weiter, Kati. Wir sehen auf dem Tisch, du hast da schon was Schönes, Schönes platziert. Ganz neu. Jetzt bin ich gespannt, mit was machen wir weiter. Wir machen hier weiter mit Dasher und Prancer. Dasher machen wir jetzt weiter. Dasher ist das liegende Rentier vorne. Und das sind ja wohl die zwei berühmtesten Rentiere überhaupt. Kennen Sie sich so ein bisschen aus mit dem Santa Claus, mit dem Weihnachtsmann? Der hat ja seine Rentiere, die den Schlitten ziehen. Und Dasher und Prancer, das sind die bekanntesten Rentiere. Weil diese Rentiere hier, das hier ist der Dasher, der liegt hier bei uns. Und dann kommen wir gleich zu Prancer. Prancer ist der Stehende hier. Das sind die Rentiere, die immer den Schlitten ziehen. Die zwei bekanntesten Rentiere. Insgesamt, wisst ihr, wie viele Rentiere vor dem Wagen sind, vom Weihnachtsmann? Es sind neun. Neun? Ich hatte es gedacht, acht. Nein, nein, er hat neun Rentiere. Den bekanntesten, den eigentlich jeder kennt, ist Rudolf. Rudolf das Rentier. Rudolf das Rentier. Rudolf das Rentier. Ja, den kennen eigentlich alle. Aber also Dasher und Prancer, das sind die beiden, das sind die stärksten Rentiere. Und die ziehen eigentlich immer, also normalerweise sieht man ja klassisch den Wagen, den Schlitten vom Weihnachtsmann, immer mit zwei Rentieren. Und das sind immer diese beiden, das ist immer Dasher und Prancer. Und die haben wir hier für Sie. Und schauen Sie mal, das ist ganz süß gemacht. Das ist übrigens mit so einem kleinen Batteriepack. Also da brauchen Sie jetzt keine Steckdose oder sowas, sondern Sie haben so ein kleines Batteriepackchen dabei. Sie können das aber auch per USB, wenn Sie möchten. Direkt an einen Laptop oder eine Powerbank anschließen. Das geht auch. Aber es ist wirklich ganz, ganz einfach gemacht. Ach, es sieht toll aus. Deshalb kannst du die überall dekorieren. Und es ist wirklich mit ganz viel Liebe zum Detail hier gearbeitet. Schau mal, es sind so Glitzer-Elemente. Es sind blaue LEDs, das ist sehr besonders. Und halt diese tollen kleinen Kugeln und sowas. Also das ist wirklich schon so ein riesen Hingucker. Unser Dasher hier unter der Bestellnummer 1C609-569. Hier lernen wir noch ein bisschen was über die Weihnachtsgeschichte und so. Und der Weihnachtsmann, was da so los ist. TV-Sonderpreis 13,25 Euro. Schauen Sie mal, die sind ganz, ganz liebevoll gemacht. Und die sehen bei Ihnen zu Hause klasse aus. Egal ob im Fenster oder eben auf einem Regal oder auf dem Tisch, wie bei uns jetzt hier. Liebe Zuschauer, unbedingt nach Hause holen. Das ist natürlich auch wieder Thema Mitbringsel. Gerade in der Adventszeit hier die Familie und Freunde besuchen. Und da bringen Sie die zwei Rentiere. Ich finde die richtig klasse. Und jetzt kommen wir hier. Ja, die müssen zusammenbleiben, Kathi. Unbedingt. Ich finde auch, zusammen sehen die ganz toll aus. Und hier, das ist jetzt hier der Prancer. Der steht. Das ist natürlich ein Hingucker. Mit diesem großen Geweih. Hier nochmal diese goldenen Kugeln aufgesetzt. Schau dir das mal an. Der sieht wirklich stattlich aus. So richtig schön, so richtig ansehnlich, wunderschön. Hat wirklich hier so was ganz, ganz Tolles. Und vor allem diese Glitzer-Effekte. Das ist so ein bisschen hier glitzern gemacht, so ein bisschen eingeschneit. Da sind hier wirklich diese filigranen Effekte aufgesetzt. Ein ganz, ganz toller, wirklich so ein schneebestäubter Glitzer ist da drauf. In weiß, der auch so ein bisschen funkelt. Durch diese blauen LEDs, die hier eingesetzt worden sind. Sehr, sehr schön. Und das ist ein ganz hochwertiges Drahtgeflecht übrigens. Deshalb, die haben auch ein tolles Gewicht. Also die kann man überall aufstellen. Jetzt sowas wirklich ins Fenster reinstellen. Das wirkt unglaublich edel. Unglaublich elegant dann auch. Also das ist wirklich eine schöne, elegante Deko. Und durch das Batteriepäckchen können Sie die halt auch wirklich überall aufstellen. Sie brauchen keine Steckdose. Also können Sie überall, wo Sie möchten, schön dekorieren. Das ist halt perfekt gemacht. Wir sind beim stehenden Rentier, beim Prancer angekommen. Mit der Bestellnummer NC 6010, der 569. Und auch hier haben wir einen TV-Sonderpreis von 13,25 Euro. Liebe Zuschauer, unbedingt schnell in die Leitung gehen. Die möchten bei Ihnen zu Hause stehen. Dekorieren Sie die, schalten Sie die an. Ruhig schon weit vorher, vor die Adventszeit beginnt. Das ist so eine richtig schöne Winterszenerie. Auch gerade wenn es draußen kalt ist, kann man die wunderbar angucken. Holen Sie sich die nach Hause. Vor allem eben, jetzt haben wir sie noch da. Jetzt werden die eben auch geliefert. Und zwar sehr schnell. Das heißt, wenn Sie so langsam in Stimmung kommen und sagen, jetzt geht es bei mir zu Hause los, dann sind die schon da und einsatzbereit. Hier, unser Däscher und unser Prancer. Nochmal die Bestellnummer für unser stehendes Rentier. Die NC 6010 und die 569. Und der Däscher, der gelegen ist, hat die Bestellnummer NC 6009 und die 569. Beide für 13,95 Euro. Sie sparen ganz gehörige 42 Prozent zur unverbindlichen Preisempfehlung. Und das ist wirklich ein ganz, ganz heißer Tipp. Nochmal auch als Mitbringsel gerade jetzt in der kalten Jahreszeit. Übrigens ganz, ganz eben eben gemacht mit diesen blauen LEDs. Hier sehen wir es auch nochmal. Die Kamera fährt jetzt so ein bisschen ab. Also das ist schon ganz, ganz beeindruckend. Und wir machen beeindruckend weiter mit einer tollen Laterne. Und das ist wirklich so ein Riesenhighlight, weil diese Laternen mit, mit jetzt so einer Art Weihnachtsszenerie, die wir hier darstellen. So eine Winterszene, ganz, ganz süß gemacht. Und schauen Sie mal, plötzlich kommt da der Schneesturm. Ein Schneewirbeleffekt in diesem wunderschönen Glitzer. Und man schaut und man denkt, boah, ist das toll. Und hier in dieser tollen weißen Materne, ja da versteckt sich der Schneemann. Wenn man genauer hinschaut, dann denkt man sich, ach, schau, da ist der kleine Racker. Ja, und dann muss man noch ein bisschen genauer hinschauen. Dann erkennt man, der hat sogar was in der Hand. Und der Schneemann, wenn man das erkennt, der hat hier den Besen in der Hand. Der versucht hier, den ganzen Schnee wegzubekommen mit dem Besen. Also das ist total süß gemacht. Und schauen Sie mal, das Ganze wird beleuchtet. Und ab und zu, da kommt immer wieder dieser Schneesturm auf. Also der wird den ganzen Schneeflocken gar nicht mehr. Ja, und dann funkelt und glitzert. Das ist so eine tolle Beleuchtung. Und Sie können diese Laternen natürlich sehr schön aufstellen oder aufhängen. Und das ist so schön gearbeitet. Und man ist wirklich ganz fasziniert von diesem Glitzereffekt. Man muss immer wieder hinschauen. Ja, ist Wahnsinn. Guck dir das mal an, wie das immer so aufblitzt. So richtige Blitze. Wie wenn da wirklich so kleine Sternschnuppen durch die Laterne fliegen. Also das ist wirklich ganz toll. Und ich stelle mir das auch genial vor, wenn das Licht so leicht gedimmt ist. Und wir haben ja selber hier eine Beleuchtung mit drin. Und Kathi zeigt jetzt auch noch was ganz Besonderes. Das setzt dem Ganzen noch das I-Pünktchen auf. Genau, hier oben, das sehen Sie, da sind überall diese kleinen Sternchen eingestanzt. Und wenn Sie das zu Hause haben und schön im Dunkeln aufstellen, dann scheinen die Sternchen nach oben weg. Schauen Sie mal an meine Hand jetzt, wie toll das aussieht. Den Effekt haben Sie dann zu Hause auch. Dann kommen die Sternchen zu Ihnen auch an die Decke. Dann scheinen die nach oben hoch. Und das ist natürlich so ein toller Effekt, dass Sie dann auch die Sterne von Ihrer Lampe nach oben hoch haben. Sehen Sie das? Die spiegeln jetzt da oben an meine Hand hier. Ich versuche das so ein bisschen zu zeigen. Das sieht natürlich bei Ihnen dann zu Hause auch ganz, ganz toll aus. Mit diesem tollen Sterneneffekt nach oben hoch. Das ist so faszinierend, das Ganze. Und natürlich dieser Glitzer-Effekt. Und wir haben hier eine ganz hochwertige Machart. Und das erkennt man halt an diesem wirklich hochwertigen Glitzer, dass es da wirklich diesen Wow-Effekt gibt. Weil hier dieser wirklich hochwertige Glitzer verwendet worden ist. Unter der Bestellnummer NX8181 und der 569 kommt die LED-Laterne mit dem Schneewirbel und dem Schneemann. Das Ganze hier in warm weiß. Wir haben die tolle Beleuchtung gesehen mit dem Glitzer zu Ihnen nach Hause. Liebe Zuschauer, jetzt in die Listen, jetzt in die Datenbank eintragen lassen. Der kommt demnächst zu uns. Und dann versenden wir den auch ganz fix, dass der möglichst schnell bei Ihnen zu Hause ankommt. Also schnell anrufen und reservieren. TV-Sonderpreis hier 12,30 Euro. Und neben dem Schneemann haben wir jetzt hier stehen, wir sehen es auch schon eingeblendet, den Weihnachtsmann. Ja, das haben hier viele schon entdeckt. Aber in einer ganz besonderen Laterne. Genau, viele haben es jetzt schon gesehen, haben jetzt auch schon nachgefragt, was ist denn das hier neben? Das ist die zweite Laterne, die wir Ihnen jetzt hier direkt mit anbieten dürfen. Das ist natürlich hier auch ein riesen Highlight. Schauen Sie sich das mal an. Hier in diesem tollen antiken Messing-Look gehalten, das Ganze. Nochmal größer. Wir haben hier circa 30 Zentimeter. Und hier, da ist der Weihnachtsmann. Der geht hier auch. Und schau mal, mit der Laterne. Mit der Laterne. Der Weihnachtsmann geht in der Laterne, mit der Laterne spazieren. Und schaut ihr mal diesen tollen Glitzer-Effekt an. Also das ist doch beeindruckend. Das ist wirklich unfassbar. Das ist der Wahnsinn. Weil hier wurden nicht nur diese weißen Glitzer-Partikel verwendet, sondern hier wirklich auch so ein bisschen farbige, ein bisschen von diesen braunen Glitzer-Partikeln mit reingesetzt. Die hier wirklich einen ganz, ganz außergewöhnlichen Schnee-Glitzer-Effekt dann schaffen. Das ist richtig märchenhaft, muss man schon sagen. Das fühlt sich richtig magisch an in dem Moment. Wenn man da reinschaut, man ist wirklich wie in einer anderen Welt. Man denkt, man ist wie in einem Märchen, so tausend und eine Nacht, als ob da wirklich gerade der Schneemann aus einer anderen, der Weihnachtsmann wie aus einer anderen Welt plötzlich herauskommt. Das ist so wunderschön gemacht. Also so, als ob sich wirklich so diese, diese Tür öffnet, die man kennt, das vom Schloss, weißt du, im Märchen. Und plötzlich schreitet der dann durch und überall kommt dieses Glitzer von oben runter. Das ist das Kindermärchen. Sag mal, hat der eigentlich ein Geschenk gesagt da in der Hand? Der hat den Geschenke-Sack in der Hand. Ach, guck mal. Der hat die Laterne in der einen und den Geschenke-Sack in der anderen Hand. Ja, 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 richtig toll gemacht. Das ist Dekoration. Das ist was Besonderes, liebe Zuschauer. Das hat nicht jeder, vor allem eben auch in der Messing-Laterne. Also das ist wirklich stilecht. Also kein Kunststoff, sondern hier Messing. Und da muss man wirklich sagen, also das findet man nicht an jeder Ecke, auch nicht auf dem Weihnachtsmarkt. Und selbst wenn sowas da stehen würde, liebe Zuschauer, dann würden Sie hier deutlich mehr zahlen. Sie sehen die unverbindliche Preisempfehlung, die haben wir mal durchgestrichen. 50 Euro, das machen wir nicht mit. Wir sind jetzt in der Zeit, wir haben jetzt noch die Kontingente. Holen Sie hier die schönsten Stücke der Dekoration nach Hause. TV-Sonderpreis 17,05 Euro. Sie sehen es eingeblendet. Und wir haben die Bestellnummer NX 81, 82 und die 569. Und so kann es bei Ihnen zu Hause aussehen. Schauen Sie mal einen Keksteller nebendran. Hinten ist dann die Wand, die Steinwand, Regal. Also das sieht wirklich klasse aus. Wenn Sie da nach Hause kommen, schalten hier dann diese Beleuchtung ein, dann wird es auch bei einem ganz, ganz kalten Tag draus. Oder wenn es auch grau und regnerisch war, da geht einem wirklich hier die Sonne im Herz auf. Oder eben auch das Sternefunkeln. Und das ist dann wirklich richtig toll. Ich finde es auch gerade für Kinder ganz genial. Weil die sind auch immer ganz fasziniert von diesem Funkeln. Ja, man ist richtig verzaubert, wenn man sowas hat. Das ist wirklich sowas, da denkt man sich, boah, ist das schön. Ja, und was Schönes habe ich Ihnen jetzt auch noch mitgebracht und das verzaubert auch und zwar sehr. Das ist eine Schneekugel und eine Schneekugel ist etwas, das begeistert uns eh. Und Sie sehen hier die Größe, ne? Das ist sowas, da denkt man so, boah, riesig. Und da ist ja auch der Schnee drin. Und normalerweise, Sie kennen das Schneekugel, muss man immer schütteln und dann kommt der Schnee. Diese Schneekugel, die schalten Sie unten einmal ein und dann, Achtung, dann geht es los. Ja, und dann fängt die hier an, ganz, ganz toll hier zu spielen. Super, guck mal. Schau mal, mit Licht und dann ist da der hier Weihnachtsmann unterwegs in dem Schneegestöber. Das ist genial, ja. Das ist wirklich fantastisch. Weißt du, woran ich gedacht habe, gerade bevor du eingeschaltet hast? Da dachte ich, es sah aus wie so eine große Seifenblase. Die ist groß, aber die hat eine gewisse Leichtigkeit. Pass mal auf, Achtung. Ja. Guck mal hier auf, Berührung. Ja, die reagiert auf Berührung. Also die kann man schön irgendwo hinstellen, wenn man möchte. Und dann ist die aus. Dann macht die gar nichts mehr. Und immer wenn Sie die dann berühren, dann geht die wieder automatisch an. Also das ist wirklich so was, das kann man sich schön dann auch in den Eingangsbereich stellen zum Beispiel. Und es schafft immer wieder gute Laune. Guck mal, der Weihnachtsmann, da hält er wieder die Nase in den Schneesturm. Aber ist er ja gewohnt, muss man ja sagen. Das ist ja auch so ein bisschen sein Job. Hinten da die drei Laternen. Das ist auch wieder eine sehr, sehr hübsche Szene. Und ich glaube, er hält sogar einen kleinen Weihnachtsbaum und eine kleine Laterne in der Hand. Ja, hat er alles dabei. Hat er alles dabei. Und immer wenn Sie die Kugel berühren, dann geht es wieder los. Also einfach nur einmal antippen. Zack. Und schon ist er wieder unterwegs. Und singt hier aber ganz fröhlich. Der ist fröhlich. Ja, obwohl er so einen harten Job hat. Da, da, da. Let it snow. Let it snow. Die bestellen immer, liebe Zuschauer. Die NX 81, 37 und die 569. Der TV-Sonderpreis 9,45 Euro für diese Schneekugel. Für diese Leichtigkeit, für diese große Seifenblase. Also es ist wirklich ein ganz, ganz, ganz leichtes Format. Hier ist groß. Man sieht richtig was. Man kann es toll erkennen. Und dann eben hier mit Sound, mit Musik der Weihnachtsmann singt und muss seine Nase in den Schneesturm halten. Liebe Zuschauer, unbedingt hier auch eintragen lassen. Wir versuchen, die so schnell wie es geht hier zu uns zu bekommen. Sie sehen das Datum eingeblendet. Und dann versenden wir, sobald die da sind, gleich an Sie, damit Sie die schnellstmöglich zu Hause haben. Bestellnummer NX 81, 37 und die 569. Und Sie merken, das macht richtig Spaß. Da geht einem das Herz auf. Da möchte man gleich mitsingen. Und auch wenn es noch lange Hand ist, bis zu Weihnachten, muss man wirklich sagen, das ist jetzt schon ein großer Spaß. Und letztlich ist es auch so, Sie fangen an, liebe Zuschauer. Wenn Ihnen da Nacht ist, da gibt es gar keine Regeln. Wenn Sie sagen, ich möchte jetzt eine Schneekugel aufstellen mit einem Weihnachtsmann, dass ich mich wohlfühle. Dann machen Sie das einfach. Und wir haben natürlich Beleuchtung. Wir haben Gesang. Wir brauchen ein bisschen Strom. Haben wir auch für Sie. Und zwar Batterien. Typ Doppel A bekommen Sie gerade eingeblendet. 20 Stück. TV-Sonderpreis. Genial. 6,60 Euro. Sie sparen 65 Prozent zur unverbindlichen Preisempfehlung. Und die Bestellnummer ist die PX 1569. Und die 569. Und der Weihnachtsmann sinkt im Hintergrund. Jawohl. Triple A haben wir auch noch für Sie. Das sind die etwas kleineren. Liebe Zuschauer, Batterien brauchen Sie immer. Fernbedienungen. Kleine Elektrogeräte. Kinderspielzeug. Gerade auch, wenn es zum Nikolaustag geht. Das stimmt, ja. Oder auch an Weihnachten. Batterien braucht man immer. Decken Sie sich hier ruhig ein für das nächste halbe Jahr, für ein Jahr mit Batterien. Dann sind Sie diese Sorge schon mal los. Und die Triple A-Variante, die 20 Stück, die kosten jetzt bei uns gerade mal schmale 5,65 Euro. So viel kosten normalerweise vier. Sie bekommen bei uns jetzt 20 unter der Bestellnummer PX 1565 und der 569. Das ist schon wirklich ein sehr heißes Angebot. Wir haben Batterien gesehen, liebe Zuschauer. Die braucht man natürlich immer. Aber wir haben diese wunderbare Deko gesehen. Den Schwibbogen unbedingt auch den mit nach Hause nehmen. Wir hatten die tolle Laterne hier mit dem Schneemann, der die Schneeschaufel, den Schneebesen in der Hand hält. Wir hatten hier unsere Rentiere, den Däscher und den Prancer und zuletzt auch hier unsere Schneekugel. Alles wunderbare Deko. Die kann man komplett so, wie sie ist, zu Hause aufstellen, liebe Zuschauer. Die sind wirklich super schön. Alle Produkte nochmal für Sie auf www.pearl.tv. Und wenn die bei Ihnen zu Hause ankommen, wünschen wir viel Spaß beim Dekorieren.